ja mama leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von sekuro shadow die twice und heute werden wir weiterspielen wer hätte es gedacht die brücke wird wahrscheinlich nicht funktionieren nein dafür ist ja der greifhaken da welche taste war das noch mal okay ach dafür sind die dinger da so für den greifer nicht verstehe so nun gehen wir hoch okay durch das rein was mir auf jeden fall sofort auffällt ist dass weniger gegner hier rumlungern oder was ist ach das wieder so ein tempel links geht's da können wir uns an den greifhaken hängen aber nicht von hier aus da war es doch jetzt ist ja manchmal ein bisschen seltsam so hier können wir rasten wenn wir möchten können uns gerne kurz hinsetzen wie gut ist bildhauers jetzt kannst du sofort zwischen figuren des bildhauers reisen die du bereits besucht hast reisen kannst du über das figur des bildhauers reisen reisen ich die worte das wichtige worte okay das hört sich seltsam an ich sehe da welche von hier aus komme ich da nicht hin und ich könnte auch da hingreifen oh ich kann überall hingreifen wo ich möchte was das cool was das cool da von oben kann ich runter springen oder ich habe gerade gesagt du kannst heimliche todeschläge gegen unachtsamme feinde einsetzen ein solcher todeschlag ist der tödliche sturzangriff bei dem du von oben auf einen feind runter springen anvisieren springen angreifen feinde lassen beute wie objekte und geld fallen du kannst beute von mehreren feinden und aus der distanz sammeln gefundene objekte sind anders zum aufnehmen musst du dich ihnen nähern x drücken und halten beute einsammeln nahe bei welt objekt x drücken objekt auf ok 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 ich gehe hin und drück x hallo drück x ok das waren anscheinend objekte die man anders einsammelt ok medizinisch googeln dann schleichen wir mal weiter voran wir können da hoch ich weiß ja dass da oben noch einer ist keramik später ein stück keramik das bei einem wurf mit einem kräftigen knacken zerbricht wirf es auf feinde um sie abzulenken das werfen und zertrümmern dieser stücke war unter den kindern von ashira sehr beliebt selbst als erwachsen erinnern sie sich noch gerne an die alten spiele aber erst gehe ich da hoch war ich liebe dieses spiel jetzt schon ich glaube ich wurde gesehen ich bin mir nicht so sicher ok die suchen mich noch perfekt einen könnte ich so ausschalten oder ich warte bis sie sich trennen los trennt euch leute trennt euch du hast nichts gesehen aber das war viel zu früh ach du scheiße ich bin tot ach so ich dachte schon ich bin tot na komm hier kriegst den und den und dann bist du wuhh ich bin gerade noch abgeblockt ok x halten zum einsammeln ah ich bin kirby gib mir euer geld es gibt hier so viele wege aber ich möchte gerne da hoch guck mal da in dem werden wir einmal kurz eine kleine überraschung bieten ne kollege so ach ok geld ist einfach nur eine währung anscheinend erst mal die ebene überblicken ist das cool das spiel ich kann es immer nur wieder sagen ok die bewachen loot wenn ich den linken zuerst töte und dann den rechten könnte es funktionieren aber erst schalten wir den hier aus scheiße er hat mich gesehen in letzter sekunde oh gott kannst verschiedene schnelle objekte durchblättern je nach situation verwenden wenn du zum beispiel schaden erlitten hast kannst du mit deinen heilenden kürbisflasche vitalität wiederherstellen ja das ist äh dass wir bewusst dadurch töten erstmal gut ähm es ist dumm gelaufen ein bisschen nichtsdestotrotz versuche ich es trotzdem ist hier noch irgendjemand erstmal umsehen ich will nicht dass mich irgendjemand überrascht das problem ist wohl ich muss mich da anschleichen ich muss sie eigentlich nicht töten aber ich will auch das geld haben ganz klar oh gott ach dreckiger hund du ich habe mich extra umgesehen oh ach scheiße okay ich muss zuerst seine haltung durchbrechen und dann muss ich ihn kontern ich habe nicht mehr viel leben also komm du dich dreckiger hund ey okay da steht noch einer muss aufpassen noch sehe ich mich ne kann ich hier durch blitzen blinken gucken und gucken ob der mich noch sieht ob er sich umgedreht hat ok kamerawinkel tut mir den gefallen ok er guckt nicht aber da war irgendwo noch einer da muss ich echt aufpassen da ist der kollege ok erstmal einsaugen dumm 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 dann voller sche und kügelchen ja ich könnte mich mit den kügelchen jetzt auch eigentlich heilen ja komm was solls ok regeneration ich wollte grad sagen was soll denn der scheiße ok warten wir kurz ab ich will den loot haben der wird sich höchstwahrscheinlich umdrehen und in dem moment kommen wir angeschlichen oder kann ich auf ihn drauf springen dreh dich um los los du mir den gefallen ich verstehe jetzt zwar nicht warum eine Mütze einen Gegner stärker macht aber offensichtlich sind die mit Mützen stärker Ungos Konfekt ein Konfekt aus dem Senpo Tempel von Ungo gesegnet reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden man erhält den Segen indem man das Konfekt verzehrt und die Ungo Haltung einnimmt der Geiststurz entstammt dem Übermaß an Karma des Menschen man muss hart auf das Konfekt beißen und es ertragen die Senpo Mönche verteilen dieses Konfekt in Aschina als Tribut an ihre Militärhelden ok einmalig oder lädt sich das auf ich weiß es nicht aber offensichtlich haben wir jetzt alle hier erledigt ok man kann das ganze auch schön im Sprung einsetzen das finde ich gut hab ich hier irgendwas vergessen ich will hier nichts vergessen haben ich will alles mitnehmen ich glaube wir haben eigentlich alles ne ich brauch nämlich ein paar mehr Samen gut ähm ich weiß dass sich hier irgendwo noch einer versteckt ach Hundi ist das Hundi ist das ich mag dich nicht Hundi dein Bruder hat mich verraten er riecht mich er riecht mich kann mich riechen sollst du da hoch springen verdammt ok zum Preis Attack weg jetzt hast du da von Hundi ok hier kann man sich also an den Hund anschleichen oder gibt es hier auch noch einen anderen Punkt nö nö so unten war aber nichts mehr weiter ne ich meine hier würde ich natürlich in ein offenes Gebiet reinlaufen ich könnte da links entlang aber da ich jetzt da oben schon ein Loch gesehen habe werden wir mal dieses Loch nutzen um uns da durchzuschleichen ah Wurfsternrad ein vom mechanischen Genie Dogen gebautes Gerät wird durch Einbau in die Shinobi Prothese zu einem funktionsfähigen Prothesenmodul es passen überraschend viele Wurfsterne ins Handteller große Wurfsternrad da die Ränder zum Stapeln gedacht sind ein gutes Beispiel dafür was durch kombinieren von Feinmechanik mit dem Talent eines Shinobi entsteht Shinobi Module sind nicht allein einsetzbar gib sie dem Bildhauer damit er sie in die Shinobi Prothese einbauen kann du kannst durch Reisen von einer Figur des Bildhauers aus oder mit der Heimkehr Figur schnell zum Bildhauer zurückkehren alles klar aber noch brauche ich das glaube ich nicht wobei wahrscheinlich hier einen großen Nutzen hat also wenn ich hier schon diesen getarnten Typen sehe er hat ja diese Federn und so weiter und so fort damit er sich tarnen kann wo man so eine riesen Nase hat weiß ich nicht weil die wird man höchstwahrscheinlich da irgendwo aus sehen können aber ich vermute mal dass in diesen Gebüschen die Dinger rumlungen ich weiß aber nicht ob man sie mit losen Augen sehen kann bist du denn Riesenschicken ey warum steht er hier was ist los mit dem soll er ihn irgendwie aufhalten oder so ich weiß es nicht ich wette da oben auf dem Dach ist irgendwas ich weiß wir laufen jetzt schon wieder zurück aber ich habe nur das Gefühl dass hier oben irgendwas sein sollte mein Gefühl täuscht mich Schande so wo ist der nächste Checkpoint den könnte ich gut brauchen aha noch mehr Loot Kügelchen nice eigentlich könnte ich mir jetzt mal wieder einen reinziehen ne die werden hier glaube ich regeneriert guck mal da steht einer Argus ist er alleine war das da auf dem Turm jemand ist hallo und die schlimmer Mopsi zu zu preis guck mal ich habe dich anvisiert gefährliche Angriffe ach du scheiße manche Feinde wenden gefährliche Angriffe an die nicht ab an die nicht abgewehrt werden können und durch ein Gefahr Symbol zu erkennen sind beim solcher Angriff musst du gut aufpassen versuchen entsprechend zu reagieren LB bei Stoßangrifftreffern parieren A von Rundumangrifftreffer springen öff oh Gottes Willen oh du bist natürlich tot oh hoh holy shit oh oh geh weg was ist denn das feiner ha 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 hoh was ist das denn okay ich habe mich selbst damit überrascht nimm mein Blut und lebe wieder sterben auferstehen ähm okay Errungsschaft freigeschaltet Auferstehung mit dem Blut des göttlichen Erben kannst du durch Auferstehungsmacht von den Toten zurückkehren eine Ladung wird durch Rasten bei einer Figur des Bildhauers wiederhergestellt besiege Feinde für weitere nach ihrem Einsatz kannst du sie erst wieder nutzen indem du Gegner ausschaltest oder Todeschläge ausführst du bist holly shit ich bin ausgewichen du ihr habt alle gesehen ha 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 okay ich hab so das Gefühl ich habe so das Gefühl müssen niemals den Weg gehen es sieht schon ein wenig gruselig aus hier mit den ganzen Blättern aber ich hab ne Prothese Junge Ich habe etwas gefunden. Ein Shinobi-Modul? Ja. Ich habe dir bereits erzählt, dass deine Prothese ein Fangzahn ist. Und durch den Einbau von passenden Shinobi-Modulen in deinen Arm kannst du die Form dieses Zahns verändern. Feste Schilde? Mach Kleinholz aus ihnen. Flinke Gegner? Erledige sie aus der Ferne. Je mehr Module du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, deine Feinde zu besiegen. Wenn jemand erledigt werden muss, gibt es dafür auch das passende Modul. So einfach ist das. Anscheinend wisst ihr eine Menge über die Prothese. Ich sollte mich beruhigen. Je länger ich von Blut spreche, desto dämonischer werden meine Skulpturen. Gib her. Ich baue das Modul für dich ein. Reguläre Shinobi-Module, die du in der Welt findest, können in Pause mit einem neuen Prothese-Modul herstellen, an die Shinobi-Prothese angepasst werden. Okay, mit Y dann mach ich den Scheiß oder was. Der hat nur einen Arm. Wie zur Hölle macht er das? Ja, richtig. Dieser gütig blickende Buddha dort drüben, stell mit ihm nichts komisches an. Prothese-Module sind angepasste Shinobi-Module für die Prothese. Sie werden im Ausrüstungsmenü ausgerüstet und verbrauchen Geist-Embleme. Alles klar. Verstehe. Prothesen-Modul-Ausrüstungsplätze wurden freigeschaltet. Es gibt drei Plätze und Prothesen-Module nach Bedarf auszurüsten oder zu wechseln. In der Ausrüstungsauswahl ist die Steuerung mit Y einsehbar. Okay, hier kann ich sie nicht nutzen. Aber wieso... Was soll ich denn mit dem machen? Hier, ich... Ich drück mich an die Wand und dann knuddel ich ihn. Das Gefäß in seiner Hand ist seltsam. Irgendwas stimmt da nicht. Der redet auch die ganze Zeit davon. Hm. Geist-Embleme werden zum Aktivieren von Prothesen-Module benötigt und bei jedem Einsatz verbraucht. Erhaltende Geist-Embleme durch Besiegen von Feinden in der Welt oder durch Kauf bei Figuren des Bildhauers. Sie finden ihren Weg zu dir, wenn du in der Nähe bist. Ach, das sind die Dinger. Ah, okay. Wir haben zwei, also kann ich sie... Aber ich muss dafür wahrscheinlich jemanden anvisieren. Okay, das werden wir gleich mal testen. Kann ich es Embleme kaufen? Oh, zehn! Das ist ja Wura! Und... Weisen wir mal. Okay. Suchen wir ein williges Opfer. Du bist ein williges Opfer. Ich check die Prothesen nicht. Müß ich näher ran? Hm. Hm. Oh. Easy. Okay. Ach, mit Y wechsel ich durch. Ach. Du! Verquies! Oh, das äh... Macht nicht wirklich viel Schaden. Okay. Ich habe einen Plan entwickelt, um ihn fertig zu machen. Er ist zwar ein bisschen kacke. Er ist auch unfair. Aber weißt du was? Es ist mir egal. Zuerst. Und dann laufe ich weg. Red' dich jetzt nicht um, Junge. Red' dich nicht um. Red' dich nicht um. Wie der lebt doch. Oh, ich muss ihn wirklich bekämpfen. Was ist denn nur passiert? Ich bin schon wieder hier unterm Teppich. Du bist also wach. Es scheint das Schicksal. Will dich immer noch nicht tot sehen. Feule ist ein Spillthauer. Von irgendwo her ertönt ein quälendes Husten. Der hustende Mann fährt dich wie besessen Buddha-Statuen an, um nicht von den Flammen verzerrt zu werden. Der Besitz dieses Objekts reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu halten. Je öfter jemand mit der Macht des Drachenerbes stirbt, desto weiter verbreitet sich die Krankheit namens Drachenfeule. Das Husten und Keuchen überall ist Beweis, dass jemand, der mit dem Wolf zu tun hatte, erkrankt ist. Je mehr Fäule-Essenz du hast, desto geringer sind deine Chancen auf göttliche Hilfe. Ja gut, so sehen wir mich nicht. Göttliche Hilfe ist halt die Chance, die Sachen zu behalten. Aber ich werde ja nicht sterben. Ja gut, glaub ich nicht. Jetzt habe ich dich, du Sack. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Gebetsperle. Eine lose Gebetsperle an einer Figur des Bildhauers. Vier davon dazu zu bringen, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Aktuell im Besitz? Eine. Kürbissamen. Ein Samen, dem kontinuierlich Heilwasser entspringt. Emma kann hiermit die maximale Verwendung der heilenden Kürbisflasche erhöhen. Dogen und seine Schülerin Emma entdeckten die Kräfte des Samens bei der Erforschung der schon lange in Aschina benutzten heilenden Kürbisflasche. Ich wusste es. Dogen. Dogen ist der Lehrer oder der Meister von Emma. Ahaha. Der wird gespoilert. Komm. Die Perlin scheiß. So. Jetzt bin ich zufrieden. Ich hab den Sack besiegt. Ich hab's kapiert. Ich muss halt das parieren und so weiter und zuschlagen so lange, weitermachen, bis er seine Haltung verliert. Und dann kann ich ihn besiegen. Ah. Aber gut. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt geht's weiter. Ganz normal. Obwohl ich gehe immer kurz zum Buddha zurück und dann verbessern wir mal alles. Hallo? Geht doch. Da hab ich jetzt ziemlich viel Zeit investiert, um hier ein bisschen zu üben. Also ich hab jetzt auch separat davon noch ein bisschen gespielt. Also in dem Anfangsgebiet, wo wir die ganze Zeit waren und hab da halt rumprobiert und hab ein bisschen alles kennengelernt. Habt ihr den Bildhauer gesehen? Ja. Ja. Ich weiß nur, was Dogen mir vor langer Zeit gesagt hat. Das Drachenerbe gewährt die Macht der Auferstehung. Doch das ist keine gewöhnliche Macht. Regelmäßige Nutzung führt zum Stillstand und läuft dann über. Wer nicht über die Macht verfügt, wird krank. Die Krankheit nennt sich Drachenfäule. Er wusste viel darüber. Dennoch konnte er trotz seines Wissens kein Heilmittel finden. Vergebt mir. Kann man diese Drachenfäule irgendwie behandeln? Das weiß ich nicht. Aber sie muss aufgehalten werden. Ich muss die Aufzeichnung meines Mentors durchsuchen. Vielleicht findet sich ein Weg. Danke. Geben wir erstmal einen Kürbissamen hier. Sind das Kürbissamen? Ja. Bringt sie her. Legt die Samen in die Kürbisflasche. Perfekt. Jetzt erhöht sich die Menge des Heilwassers in eurer Kürbisflasche. Und dafür soll ich zu ihr kommen, um den Kürbissamen reinzulegen. Alles klar. Welch seltsame Medizin. Ist es seltsam? Hm. Ich verüble es euch nicht. Wenn es effektiv ist, ist es ein Grund zum Feiern. Ob seltsam oder nicht. So hat mein Mentor Dogen es mich gelehrt. Ich verstehe. Bitte bringt mir weitere Kürbissamen. Solltet ihr welche finden. Ich müsste die Menge an Heilwasser damit weiter steigern können. Das kann ich auch alleine reintun. Ganz ehrlich. So einen Samenbringbo reinzustopfen. Wo ist das Problem? Vor allem sie sagt mir auch noch, ich soll es reintun. Sie macht es ja nicht mal selber. Ich meine, wenn sie es wenigstens selber machen würde, ne? Ne, ich wollte reisen. Naja, ich würde sagen, wir nutzen einfach die Gelegenheit und sagen, hier mal auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Und dann geht es auch wirklich weiter. Der General ist ja jetzt tot. Und wir wissen, es war gut, ihn zu töten. Haut rein, euer Sirot. Tschüss.